O liebe Weihnachtszeit! O liebe Weihnachtszeit! Der 22. ist soweit. Ja, wie man merkt, ich hab ne kleine Singmacke zu Weihnachten. Ja, ja, ja! Ich bin nicht verrückt. Tag 22 ist an der Reihe. Und das Weihnachtsfest kommt immer näher. Oh Gott, nein! Wohl doch! Ach! Ja. Wie man ja merkt, Weihnachten steht kurz vor der Tür. Ah! Na zum Glück bin ich diesmal nicht so tief gefallen. Egal. Tag 22. Oh Tannenbaum! Oh Tannenbaum! Wir können Weihnachtsbaum bauen! Oh Gott. Klang verrückt. Ui, 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 ui. Ja. Damit jemand weiß, ich kann keine Weihnachtsbäume eigentlich bauen. Aber ich werd's versuchen! Ja. Jetzt wäre ich fast wieder zu den vorderen Kisten gegangen, mein Justina. Leute, was ist mit mir los? Nein! Nein! Ich werde nachher wieder mal einen neuen hinzufügen müssen. Mann, Leute, was ist mit mir los? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Mann, Leute, es ist die Weihnachtszeit oder nicht? Seid ihr auch so vergesslich? Schreibt es in die Kommentare. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Abonniert uns, wenn es noch nicht getan wurde. Und den Daumen nach oben und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss! 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 Vielen Dank.